So, ihr seht immer noch alles außer Klingeltöne hier auf ROCKTV. Das war Ihnen ein kleines Warm-up für die Northern Gateway. Diesen Samstag am 30.11. im Zwischenbau und einen Tag davor. Findet dann die Zone 2.5 Maurice Mino und Buddancer statt. Auch im Zwischenbau. Uns wurde für das Set Sonnen, Strand und Meer von Maurice Mino zur Verfügung gestellt. Viel Spaß! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020